Blutiger Freitag. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das Gelände ist umstellt. Die Kriminalstatistik zeigt, dass die Gewaltverbrechen jährlich um mehr als 10% zunehmen. Diese Entwicklung geht uns alle an. Sie kann uns jeden Augenblick in den Mittelpunkt blutiger Geschehnisse stellen. Keine Bewegung! Das ist ein Überfall! Um mich herum, meine empörte und freundliche Zuschauermenge, die erregt die Vorgänge, verfolgt und sich immer wieder die Frage stellt, wie lange es noch weitergehen wird. Was kann man Ihrer Ansicht nach tun, um derartige Verbrechen zu verhindern? Wir haben 10 Geiseln in unserer Gewalt. Wir verlangen 2 Millionen. Wir stehen also wieder vor der Situation. Schießbefehl oder freies Geleit? Nein, vor dieser Situation stehen wir nicht. Solange es Arme und Reiche gibt, werden solche Straftaten immer wieder stattfinden. Eiswürstchen! Wer hat Ihnen erlaubt, sich hier hinzustehen? Schauen Sie, dass wir weiterkommen. Hier ist doch keine Zirkusvorstellung. Ich will raus! Ich will raus! Ich kann es nicht mehr aus! Lassen Sie mich gehen! Hilfen Sie euch! Hilfen Sie mich! Zurück, Leute! Es geht immer los! Kalasse! Blutiger Freitag. Ein realistischer Actionfilm von Rolf Ohlsen mit Gila von Weitershausen, Amadeus August, Christine Böhm, Ernst Hilbig, Renate Roland, Gianni Machia und Raimund Harmsdorf. Wenn man etwas so blöd anfängt wie die in der Prinzregentenstraße oder die in Köln. Ohne Absicherung, ohne Überraschungseffekt, ohne Rückendeckung durch eine unkontrollierbare Aktion. Wenn ich mit diesem Pakt verhandelt hätte, wären die Geiseln schon frei. Zumindest meine Tochter hätte ich wieder. Hier geht es leider um fünf Menschenleben. Ich habe Angst. So entsetzliche Angst. Blutiger Freitag. Sie sollen verschwinden, sie Tier. Sie widerliches, brutales Dreckschwein. Hören Sie auf! Luigi, du hast doch selbst keine Courage in mir. Vediamo cosa succede. Ja, schießen Sie doch alle zusammen, dann sehen Sie zu, was Sie für Tote kassieren können. Sie sind jetzt auch ruhig und garantieren für nichts mehr. Du kannst ja überhaupt nichts garantieren. Ich leite die Aktion. Los, fahr zu, die sind hinter und her. Scheiße. Verbrechen ist so ansteckend wie die Pest. Niemand kann ein solches begehen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Mensch, schmeiß Sie doch runter! So, da drüben ist die Hauptstraße. Christian, wir alle werden dir helfen. Halt! Halt! Stopp! Ihr müsst mich doch mitnehmen! Verschwinde! Ihr müsst mich doch mitnehmen! Ich lasse euch doch nicht weg! Halt! Nehmt mich doch mit! Ihr müsst mich mitnehmen! Ihr Schweine! Nehmt mich doch mit! Ihr nehmt euch in uns gemeine Schweine! Blutiger Freitag!